Überraschenderweise faszinierender Orientierungspunkt auf der Karte der Menschheitsgeschichte ist der Fluss Euphrat. In diesem Film werden wir uns genau diesem außergewöhnlichen Wasserstrom widmen und seine tiefen Wurzeln in der Bibel sowie die Rolle, die er in den Prophezeiungen über die Endzeiten spielt, entdecken. Der Euphrat, sowohl in der ersten als auch in der letzten Bibelbuch erwähnt, birgt ein Geheimnis. Das nur für diejenigen klar wird, die die biblischen Prophezeiungen vertiefen. Im Buch Genesis erscheint der Euphrat als einer der Flüsse, die aus dem paradiesischen Garteniden fließen. Es ist das Wasser, das von den Anfängen der Menschheitsgeschichte spricht, von dem Ort, an dem das Leben vom Schöpfer selbst eingeleitet wurde. Wenn wir zum Buch Deuteronomium gehen, befiehlt Gott Mose und den Kindern Israels, das Land der Kanaaniter zu erobern, das sich bis zum großen Fluss Euphrat erstreckt. Dieser Befehl ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte Israels und steht im Zusammenhang mit dem Versprechen vom verheißenen Land. Auf faszinierende Weise erscheint der Euphrat erneut in der Offenbarung, dem letzten Kapitel der Bibel. Das Wort Gottes, das sich in diesem prophetischen Buch zeigt, verrät, dass in den Tiefen des Euphrats etwas Beunruhigendes verborgen ist, was eine Vorbereitung auf den zukünftigen Konflikt ist, bekannt als Armageddon. Diese düstere Vorahnung zwingt uns dazu, über die symbolische Bedeutung des Euphrats im Kontext apokalyptischer Ereignisse nachzudenken. Der Fluss Euphrat wird also nicht nur zu einem geografischen Element der Landschaft, sondern auch zu einer Metapher für den Verlauf der Menschheitsgeschichte nach den biblischen Prophezeiungen. Sein Wasser fließt durch die Seiten des Buches, beginnend im paradiesischen Garten und endend vor dem dramatischen Hintergrund des eschatologischen Spektakels. Eine gründliche Studie des Euphrats zeigt, wie biblische Erzählungen mit der Realität verflochten sind und Fragen nach dem Sinn und Zweck menschlichen Daseins in unserem Bewusstsein hinterlassen. Das Verständnis der Rolle des Flusses Euphrat ist der Schlüssel zur Entschlüsselung verschlüsselter Bedeutungen im heiligsten religiösen Text. Es ist nicht nur ein Fluss, der durch das Land fließt, sondern auch ein Strom von Symbolen, der uns zu einem tieferen Verständnis der menschlichen Geschichte und ihrer Verbindung mit dem göttlichen Plan führt. Das Entschlüsseln des Geheimnisses des Euphrats ist eine Herausforderung für diejenigen, die die Tiefen der biblischen Prophezeiungen erforschen und die Rolle verstehen wollen, die dieser Fluss in der Panorama der Geschichte spielt. Nach wie vor bleibt die Frage nach der Zukunft des Flusses Euphrat bestehen und die Antworten verbergen sich in den rätselhaften Worten der Offenbarung. In der sechsten Posaune des göttlichen Gerichts verkündet die Bibel eine geheimnisvolle Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars vor Gott selbst. Dieser Ruf richtet sich an den Engel Gottes und fordert die Freilassung der vier Engel, die die Macht über den mächtigen Strom des Euphrats halten. Diese Wesen, bereit an einem bestimmten Tag, Monat und Jahr zu handeln, werden freigelassen, um eine mächtige Zerstörung zu verursachen und ein Drittel der Menschheit zu verschlingen. Dieses Ereignis, das in der biblischen Apokalypse eingebettet ist, wirft Licht auf die Besonderheiten dieser gefallenen Engel. Gott hat sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit gebunden und erlaubt nur die Erfüllung der mit der Vernichtung verbundenen Mission. Die Frage bleibt jedoch offen, warum sind diese vier Engel so besonders, wenn nur eine andere Wesenheit, nämlich der Teufel, für tausend Jahre in die bodenlose Grube geworfen wird, wie es in der Offenbarung 20 beschrieben ist? Um die Einzigartigkeit dieser gefallenen Engel zu verstehen, müssen wir uns darauf konzentrieren, was die Bibel über andere rebellische Wesen enthüllt. Der zweite Brief des Petrus sagt, Es scheint also, dass die vier Engel im Euphrat eine separate Kategorie von den übrigen rebellischen Wesen darstellen. Ihre Freilassung für eine bestimmte Zeit zur Durchführung von Zerstörung betont die Einzigartigkeit ihrer Rolle im biblischen eschatologischen Plan. Was mit dem Euphrat geschieht, hat eine tiefere Bedeutung als nur der Akt physischer Zerstörung. Die Symbolik des Euphrats als Ort, an dem diese gefallenen Engel freigesetzt werden, wirft neues Licht auf die biblischen Prophezeiungen und enthüllt verschlüsselte Bedeutungen, die nur durch sorgfältiges Studium und Verständnis der biblischen Geheimnisse ergründet werden können. Betrachten wir die grausame Natur dieser gefallenen Engel, die Gott beschlossen hat, am Grund des Flusses Euphrat zu binden. Ihr einziges Ziel ist es, Zerstörung über ein Drittel der Erdbevölkerung zu bringen, was sie in eine Reihe mit den mächtigsten Dämonen aus biblischen Beschreibungen stellt. Einige biblische Kommentatoren erwägen die Möglichkeit, dass diese Engel ursprünglich hohe Positionen im Himmel inne hatten, bevor sie zusammen mit Lucifer verstoßen wurden. Die Bibel offenbart, dass als Lucifer sich gegen Gott auflehnte, ein Drittel aller Engel mit ihm fiel. Was jedoch wichtig ist, der Mangel an konkreten Informationen über die Natur dieser Engel lässt Raum für verschiedene Spekulationen. Es wird vermutet, dass diese vier Engel, die am Grund des Flusses Euphrat gebunden sind, hochrangige Wesen in der himmlischen Hierarchie gewesen sein könnten. Ihre mächtige Kraft war so feuchterregend, dass Gott beschloss, sie bis zur Zeit der großen Trübsal gebunden zu halten. Im Moment ihrer Freilassung werden diese Engel eine Armee von 200 Millionen Reitern anführen, was die Frage aufwirft, handelt es sich um eine wörtliche Armee mit Pferden und Reitern oder eher um ein symbolisches Bild einer übernatürlichen, dämonischen Kraft, vielleicht sogar eine Anspielung auf eine moderne Armee? Wir können skeptische Stimmen hören, die behaupten, das ist alles nur eine Frage der Interpretation, schließlich erklärt die Bibel das nicht eindeutig. Auf unserer Reise durch die Tiefen des Alten Testaments stoßen wir jedoch auf den Moment, in dem der Prophet Daniel in einem intensiven Gebet das Angesicht Gottes sucht und eine Offenbarung von dem Allmächtigen über die Zukunft begehrt. Nach drei Wochen hinge gebetenem Gebet und Fasten erschien ein Engel Gottes mit einer bedeutenden Botschaft. Der Engel flüsterte beruhigend zu Daniel, fürchte dich nicht, Daniel! Schon vom ersten Tag an, als du dich um Verständnis bemühtest und dich deswegen vor deinem Gott beugtest, wurden deine Worte gehört und wegen deiner Worte bin ich gekommen. Der Engelfürst des Perserreiches hat sich mir 21 Tage lang entgegengestellt, aber Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Darum war ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich. Dieses außergewöhnliche Ereignis wirft Licht auf die Realität von bösen geistigen Wesen, die über geistige Reiche herrschen. Es ist erwähnenswert, dass die Verzögerung, die der Engel Gottes erfahren hat, nicht auf das Handeln eines gewöhnlichen Dämons zurückzuführen war, sondern auf einen mächtigen Fürsten, den Hauptgeist des Bösen. Michael, der Erzengel Gottes, musste eingreifen, um diese Opposition zu überwinden. Diese Interpretation zeigt uns, dass die Engel am Grund des Euphrates, wie sie in der Offenbarung beschrieben sind, Wesen von hoher Rangordnung sein können, möglicherweise Kriegsengel oder aggressiv Aufständische, die mit Luzifer zusammenarbeiten. Leider liefert uns die Bibel keine detaillierten Informationen über die Natur dieser Engel, sondern beschränkt sich darauf zu berichten, dass sie nach ihrer Freilassung die Fähigkeit haben, ein Drittel der Menschheit zu töten. Die endgültige Konfrontation zwischen Michael und dem Geist des persischen Fürsten legt nahe, dass diese gefallenen Engelwesen von außergewöhnlicher Stärke sind, was das Mysterium ihrer Rolle im Zusammenhang mit eschatologischen Prophezeiungen nur verstärkt. Die Aufgabe, diese symbolischen Beschreibungen zu interpretieren, stellt uns vor die Herausforderung, tiefere Schichten biblischer Weisheit zu verstehen, die in Anspielungen auf den Kampf des Geistes gegen das Böse verborgen sind. Erneut wird der Fluss Euphrat zum zentralen Element der Beschreibungen in der Offenbarung, diesmal im Kapitel 16. In dieser mysteriösen Szene sehen wir den sechsten Engel, der seine Schale über die Wasser des mächtigen Euphrats ausgießt, was zu ihrem Austrocknen führt. Dieses scheinbar natürliche Phänomen hat jedoch eine tiefe symbolische Bedeutung und bildet ein Vorspiel zu kommenden Ereignissen von enormer eschatologischer Bedeutung. In der Offenbarung 16 entdecken wir, dass das Austrocknen des Euphrats nicht nur ein physisches Phänomen ist, sondern auch den Weg für die Könige aus dem Osten bereitet. Dies deutet darauf hin, dass diese Ereignisse einen Einfluss auf das geopolitische Bild haben und die Bühne für bedeutende Ereignisse formen, die bevorstehen. Dies ist ein Moment intensiver Zeichen, der einen weiteren Abschnitt im göttlichen Plan auf der Erde einleitet. Betrachten wir auch die Anwesenheit der drei unreinen Geister. Gemäß dem Text tauchen diese dämonischen, froschähnlichen Geister aus dem Maul des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten auf. Es handelt sich um dämonische Wesen, die übernatürliche Zeichen vollbringen, die sich an die Könige der Erde und die gesamte Welt richten. Ihr Ziel ist es, Kräfte für die große Schlacht am Tag des Allmächtigen Gottes zu sammeln. Die mysteriöse Natur dieser Beschreibung betont, dass diese Ereignisse sowohl irdisch als auch geistlich sind. Die Symbolik des Euphrates als ausgetrockneter Fluss legt nahe, dass es sich nicht nur um ein physisches Phänomen handelt, sondern auch um eine metaphorische Bedeutung, die sich auf die Abschneidung weltlicher Macht und Einflüsse bezieht. Dies ist nicht nur eine Ankündigung für das bevorstehende Spektakel, sondern auch eine Anspielung auf geistige Kräfte, die Ereignisse auf der Erde manipulieren. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass in den letzten zwölf Monaten Medienberichte über den Fluss Euphrat aufgetaucht sind, die anscheinend zunehmende Besorgnis wecken. Durch verschiedene Quellen erreichen uns Informationen über den abnehmenden Fluss dieses antiken Flusses, insbesondere aus dem Gebiet des benachbarten Südostens Syriens. In verschiedenen Magazinen ist ein Artikel mit dem suggestiven Titel Der Fluss Euphrat trocknet aus erschienen, der betont, dass die Umweltkrise, die wir beobachten, ein Anlass sein könnte, die Zeichen des kommenden Endes zu erkennen. Moderne Forschungen bestätigen ebenfalls beunruhigende Trends im Wasserfluss des Euphrates. Analysen zeigen, dass im Laufe des letzten Jahrhunderts ein über 6-prozentiger Rückgang des Flusses aufgrund von Dammbauten und Bewässerungsprojekten in der Türkei, Syrien und dem Irak beobachtet wurde. Obwohl diese Berichte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen haben, besteht die tief verburzelte Überzeugung, dass die eigentliche Bedeutung des Euphrates in biblischen Prophezeiungen verborgen ist, genauer gesagt in der Offenbarung 16. Bevor wir uns also in Spekulationen über moderne ökologische Katastrophen vertiefen, ist es wert, einen breiteren Kontext dessen zu betrachten, was die Bibel für den Fluss Euphrat vorher sieht. Die Prophezeiung in der Offenbarung 16 spricht von einem sechsten Engel, der seine Schale über den Euphrat ausgießt, was dazu führt, dass dieser mächtige Fluss austrocknet. Diese Symbolik scheint die Grenzen zeitgenössischer Interpretationen ökologischer Krisen zu überschreiten und legt nahe, dass diese Ereignisse ein Zeichen für etwas viel Tieferes sein könnten, nämlich eine Ankündigung der Endzeiten. Obwohl die Medien intensiv über Veränderungen im Fluss des Euphrates berichten und einige sie als Beginn des Endes interpretieren, stellt die Prophezeiung aus der Offenbarung die Frage, ob die aktuellen Ereignisse tatsächlich die Erfüllung alter Prophezeiungen bringen. Es lohnt sich also, wissenschaftlichen Berichten zu folgen, während wir gleichzeitig ein breiteres Verständnis suchen, das aus biblischen Prophezeiungen und ihrem potenziellen Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen resultieren kann. Trocknet der Euphrat wirklich aufgrund natürlicher Prozesse aus, oder gibt es vielleicht eine größere, spirituelle Bedeutung, die wir erleben? Die Antworten auf diese Fragen könnten nicht nur in der Analyse wissenschaftlicher Daten liegen, sondern auch in alten biblischen Texten, die etwas viel entziehen, der es als aktuelle Naturveränderungen zu prophezeien scheinen. Ein entscheidendes Ereignis, das dem Armagedon vorausgeht, ist das Phänomen, das als das Austrocknen des Flusses Euphrat beschrieben werden kann. Wenn dieser mächtige Fluss austrocknet, öffnet sich der Weg für eine gewaltige Armee aus dem Osten, was einen der Schlüsselaspekte in der Spirale von Ereignissen darstellt, die zu dieser ultimativen Schlacht führen. Armagedon, gemäß biblischen Prophezeiungen, ist nicht nur eine gewöhnliche Schlacht, es ist eine Konfrontation von großem spirituellen Wert, die das eschatologische Aufeinandertreffen von Gut und Böse symbolisiert. In der biblischen Darstellung spielt der Euphrat eine strategische Rolle, indem er als eine Art symbolische Brücke dient, die es der gewaltigen Armee aus dem Osten ermöglicht, nach dem Austrocknen den Fluss reibungslos zu überqueren. Dieses Ereignis wird als einer der Schlüsselabschnitte betrachtet, in dem der Antichrist, die Verkörperung des Bösen, alle unter dem Einfluss seiner dunklen Macht versammeln wird. Diejenigen, die dem Antichristen loyal sind, werden Teil seiner versammelten Armee und bereit sein, Krieg gegen das Volk Gottes zu führen. Die Darstellung von Armagedon als dem Krieg aller Kriege zeichnet nicht nur das Bild einer physischen Schlacht, sondern auch eines spirituellen Konflikts zwischen Licht und Dunkelheit, Gut und Böse. Der Antichrist, der die Rebellion gegen die göttliche Autorität verkörpert, mobilisiert seine Kräfte, um gegen das treue Volk zu kämpfen. Diejenigen, die ihm loyal sind, bilden ihre eigenen Armeen, bereit, sich diesem dramatischen Konflikt gegenüber dem Volk Gottes zu stellen. Mit dem Austrocknen des Euphrats öffnet sich symbolisch das Tor für diese dunklen Kräfte, das direkt ins Tal von Armagedon führt. Dieses Ereignis hat immense Bedeutung im Kontext biblischer Prophezeiungen, und seine Entwicklung ist mit vielen Aspekten der Eschatologie und des Geistes der Endzeiten verbunden. Armagedon wird daher zu einer Arena, auf der sich eine entscheidende Phase nicht nur der historischen Entwicklung, sondern auch des spirituellen Konflikts abspielen wird, der das Schicksal des Endes der Zeiten skizzieren wird.